Hallo bei Learning Level Up! Unser Thema ist der Vergleich zwischen Schattenraum und Schattenbild. Ein Schatten entsteht, wenn das Licht in seiner Ausbreitung durch einen Körper behindert wird. Das heißt, ein Schatten entsteht, wenn das Licht einer Lichtquelle auf einen lichtundurchlässigen Körper trifft. Demnach ist ein Schatten das Fehlen von Licht. Wie ihr in der Abbildung erkennen könnt, wenn Licht aus einer Lichtquelle auf einen lichtundurchlässigen Körper trifft, entsteht dahinter ein Schattenraum. Wird ein Schattenraum durch eine Fläche begrenzt, sieht man auf der Fläche, also auf dem Schirm, das Schattenbild des Körpers. Also ist das Schattenbild das auf dem Schirm entstehende Bild. Man kann also feststellen, dass mit dem Begriff Schatten sowohl der Schattenraum als auch das Schattenbild bezeichnet wird. Wie man in der Abbildung erkennen kann, verändern sich Schattenraum und Schattenbild proportional zu den Entfernungen Lichtquelle zum Körper, Körper zur Fläche, sowie zu der Größe des Körpers. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Ein Schatten entsteht, wenn das Licht in seiner Ausbreitung behindert wird. Das Licht kann reflektiert oder absorbiert werden und kommt so nicht in den Raum hinter dem Körper. Diesen Raum bezeichnet man als Schattenraum. Ist der Schattenraum durch eine Fläche begrenzt, sieht man auf dem Schirm das Schattenbild des Körpers. All unsere Lernvideos könnt ihr übersichtlich abrufen unter folgendem Link. Also bis gleich bei Learning Level Up! 3 5 6 10 11 12